Das sind die Schmitz, überzeugte Demokraten, aber inzwischen wissen sie nicht mehr, wen sie noch wählen können. Die Grüne Partei gegen die traditionelle Familie für eine wachsweiche Umweltpolitik und Kriegseinsätze im Ausland oder die Rote Partei in der Opposition links antäuschen und in der Regierung rechts überholen. Die Dunkelrote Partei für Sozialpolitik auf Pump ohne wirtschafts- und umweltpolitisches Konzept. Die Schwarze Partei für Gentechnik und für den Ausverkauf unseres Gesundheitssystems. Die die Reichen reicher und die Armen immer ärmer macht. Oder die Gelbe Partei für Steuererleichterungen, für Konzerne und für alles, was zur Finanzkrise führte. Wen können wir überhaupt noch wählen? Es gibt da eine Partei für zukunftsorientierte Familien- und Bildungspolitik, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Wirtschaftskompetenz und bürgerorientierte Europapolitik. Und sie bekommt immer mehr Anhänger, Mitglieder und kommunale Mandate. Die Orange Partei, die ÖDP, jede Stimme zählt. Denn jede Stimme für die ÖDP ist ein klares Zeichen gegen die anderen Parteien. Die ÖDP engagiert sich jeden Tag für mehr Bürgerbeteiligung, für Bürgerbegehren und Volksentscheide. Prof. Dr. Klaus Buchner und sein Spitzenkandidatenteam setzen sich dafür ein, dass Bürger mehr Mitsprache erhalten. Und das ganz und gar unabhängig, weil die ÖDP keine Spenden von Firmen annimmt und so Politik zum Wohl der Bürger machen kann. Jede Stimme zählt. Es gibt keine 5%-Hürde. Geben Sie bei der Europawahl Ihre Stimme der ÖDP.